Hi! 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 Hallo liebe Kinder! Hallo! Willkommen zu Cat Show! Hi Stacy! Und Sally! Und natürlich Cat! Hi! Hallo Cat! Uiuiui! Wir haben uns ja schon länger jetzt wieder nicht gesehen. Jawoll! Bei Weihnachten, im Neujahr, da haben wir natürlich Urlaub gemacht. War sehr schön. Ich hoffe ihr auch kennen. Paschinger auch. Mein Teamstag auch. Alles gut nachträglich zu allem. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Ganz besonderes. Den haben wir uns extra ausgesucht. Für euch. Für euch und nur für euch. Dass wir viele Herzen haben. Denn heute ist der 17. Februar. Und somit der Geburtstag von Hans-Georg Wenzelslaus von Knobelsdorf. Der lebte 1699 bis 1753. Mhm. Und er ist geboren auf Gut Kuchenödelt bei Krossen an der Oder. Genau! Er war zunächst ein Soldat, danach Portrait und Landschaftsmaler, irgendein Theaterfuzzi, Landschaftsinschuh, kakalaka und dann noch Indendekorateur. Und Architekt. Genau! Und er war ein guter Freund des Königs. Jawoll! Das hat euch bestimmt alles brennend interessiert. Auch ganz wichtig für euch. Mhm. Ja. Und er war auf jeden Fall ein deutscher Baumeister des Friederitianischen Rokoko. Genau! Ja! Und? Das ist wichtig. Und? Gibt viele Herzpunkte dazu. Ganz viele! So! Mhm. Also heute zur Feier des Tages gibt's dann Kuchen. Der Kuchen müsste gleich kommen, liebe Kinder. Der Lieferant kommt bestimmt gleich. Jawoll! Und dahin ein bisschen Werbung. Bleibt dran, liebe Kinder! Bis dann! Bis dann! Tschüss! Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Hi, liebe Kinder! Hallo! Ja, sind wir wieder nach der Pause. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön! Es gibt wieder meine Herzpunkte. Und von der Kat. Miau! 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 Ja. Also wir warten immer noch auf den Kuchen. Und kommt... Ja! Ja! Das muss der Kuchen sein, Stacey! Ja! 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 Kuchen, 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 Kuchen. Es gibt Kuchen, Stacey. Oh nein. So, oh, da ist ja ein Zettel dabei, Stacey. Was steht denn da drauf? Enthält gefährliche Substanzen. Egal. Wurden noch nicht getestet. Egal. Sieht so lecker aus. Lecker, Stacey. Okay. Dann lass dir schmecken. Danke. Das ist gut. Das ist gut. Yum, yum, yum. Das ist gut. Das ist gut. So, liebe Kinder. Jetzt, ähm, oh. Oh, ich fühle mich ein bisschen gut. Das ist alles ganz gut so weiter. Ja. Ich glaube, wir machen mal eine kleine Werbung, oder? Bis gleich, Kinder. Liebe Kinder, willkommen zurück. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Shirley nicht so gut. Ich glaube, die Cupcakes waren doch nicht so... ...zupferzei geeignet. Ich guck mal. Warte, Shirley. Oh, die zuckt. Oh, ja, komm noch. Oh, komm mal. Oh, die zuckt. Oh, ... Aaaaaahhhh! Aaaaaah! Fick! Kinder hab da so einen kleinen Ratgeber geholt! Oje oje! Ich glaub das ist Solonam Solanum Viros Adi, Shelley! Shelley? Hä? Ist das ein Dumme? Schmerzen und Verfärbungs-Purpur desinfizierten Bereichs. Soforte verschoffene Wunde. Oh, Scheiss! Wir kennen es, oder? Jetzt geht es nicht los. Heute? Ja, hast du genug für eine Kindschau. Ich hoffe... Was hat euch gefallen? Kommt euch schon wieder ein. Was ist schon gefallen? Wie viele Herz für uns? Herz? Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Ich war in der Arbeit, in der Nacht, als meine Augen sahen, in eerie sight. Denn mein Monster aus seinem Schlag begann zu rißen. Und plötzlich, zu meiner Überraschung, er machte den Monster Mash. Der Monster Mash! Es war ein Graveyard Smash. Er machte den MASH. Er war in einer Flamme. Nein? Er machte den Monster Mash. He machte den Monster Mash. Er falanorial. electricity in the castle Loาก. Er machte den Monster Mash. Er machte den Monster Mash. Er machte den Monster Mash. Bis zum nächsten Mal.